Passt auf, der hat nen Rocket Launcher. Hey, Leute! Was? Ihr seid alle an die vorbei gerannt. Oh mein Gott. Ist das hier ein Busch? Wenn doch der nächste Reset ist, ist ja genau deshalb wieder die erhundert werden. Boah, was damit ich's noch schaff, bevor der Reset ist, Leute? Man braucht Ziele im Leben. Und Level 100 ist eins hier davon. Level 100 ist das wichtigste Ziel in meinem Leben, Leute. Vorher hör ich nicht auf zu atmen. Was? Was? Feierfinder hat nochmal zwei Euro geschrieben. Du bleibst der Beste. Oh, lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Feierfinder, aber du bist doch der Beste. Das geht doch gar nicht besser. Nein, du bist der Beste. Nein, du bist der Beste. Nein, du. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für deinen Support. Let's go. Jetzt Seba, natürlich. Tut mir leid, dass es gerade nicht so skillig hier geht. Aber das kommt schon wieder gleich. Welche Sprache sprichst du fix? Ich kann Englisch sprechen. Ist jemand bei mir? Aber ich würde gerne weitere, ich bin oben, ja. Der glaubt mir jemand meine Truhe entsprachen können. Ich glaube ich spinne. Hallo. Ich habe ein Geschenk dafür für dich, okay? Ich habe nicht meine Rife. Das brauchst du ganz bestimmt, oder? Danke, ja. Ich bin ja nur schon... Danke. Obwohl. Ich kann es auch nicht mehr aufnehmen, ich darf das Geschenk nicht haben. Nice, man. Hausaufgaben fertig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Leute, Hausaufgaben sind immer wichtiger als mein Stream. So wie Schule und alles andere. Deswegen gibt es Bescheid. Erstmal eure Schule Sachen machen und so. Brauchst du eine Rifle? Äh, yes. Hier ist eine graue Rifle und zehn Bandage. Ach du... Sorry, ich wollte es einfach mal testen. Und mich wegschmeißt. Warte, 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 warte mal ab, ey. Das gibt ein Troll zurück. Und die grüne Taktik, okay. Aber war eigentlich voll fies dafür, dass du mir die gerade ge... Die Rifle gegeben hast. Eigentlich voll... I betrayed you, it's too my life. Ich verletze mein Herz wegen dir jetzt. Ich weine jetzt wegen dir. Nein. Bitte nicht. Bitte, Fiebs. Kannst du mir sowas antun? Ich hab genau diese Freunde. Es gibt ja leid. Habt ihr mir eigentlich zugehört? Nee. Sorry. Was hast du gesagt? Ne grüne Taktik, ne graue Rifle und zehn Bandagen sind noch im roten Haus. Braucht kein Mensch, Alter. Ja, dann ist ja gut. Geh mir trotzdem was holen. Und zwar die Bandages. Let's go get some Bandages. Ähm, habt ihr oben geschossen? Yes. Ah ah. Darf ich mitspielen? Äh, heute nicht. Aber ich werde denke ich mal morgen oder übermorgen Community Runden machen. Hätte gerne meinen Team Snox Account und den Team Fix Account. Team Snox hier wollen wir morgen Community Runden. Oh, da ist ein Gegner im Nordosten. Beim grauen Haus ist gerade ein Engel reingerannt. Oder hingerannt. Ein Angel. Dann werde ich ihn, wie es sich gehört, mit dem Bogen der Liebe töten. Oh, da ist ein Baum kaputt gegangen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Warte hier. Komm. Ja, ich habe ihn getroffen. 75 Damage hat er. Hab den Engel. Okay, der andere. Es geht direkt neben dir. Hab ihn. Verblutet. Liebe. Klatscht hier? Ja. Ich habe den Engel, habe ich oben im Raum. Oh, sorry. Wolltest du da, du wolltest ihn ausbluten lassen, oder? Ja. Egal. Da ist endlich der Gegner. Norden. 15. Er läuft zur Fabrik. Der hat meine Bolt. Glaube ich. Oh, der hat mich mit irgendwas komischem getroffen. Als ob er mit dem Revolver zweimal mich hittet. Na komm. Ist hier noch einer drin? Ich glaube nicht. Töte ihn. Nimm dort die Rifle. Töte ihn. Er hat es nicht verdient zu leben. Er hat es nicht verdient zu leben. Er hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient. Okay. Aber ich wollte doch mit dem Bogen. Von dem lebt noch einer. Dann gib ihm Liebe mit dem Bogen jetzt. Hat der da drin irgendeinen guten Loot? Einen Bolt oder so? Ich treffe einfach nicht. Triffst du ihn nicht? Nee. Hat da irgendjemand einen Bolt oder so? Kann er nicht ein bisschen rifle schluss? Nee, leider nicht. Yes. Danke. Oh, da schießt jemand. Von der Fabrik, oder? Ja. Ja, der ganze Fabrik. Hier sind noch Minis. Oh, das sind mehrere. Das sind zwei. Einer ist in den Bäumen. Wären geil. Ah. Leute. Bin von Fixed Dream gekommen. Nice. Hier geht's ab. Digi. Vier Falten und Kili Loot. Oh, fuck. Ich treffe nichts. Oh. Da rechts. Hab ihn einen Hit gegeben. Nice. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich zeig dich. Ich zeig dich. Ich zeig dich. Der ist eigentlich unser Freund. Wer, den ich nicht genockt hab? Ich weiß nicht genau. Der hat auf jeden Fall meine Boy. Genial. Der hat meine Boy. Der hat meine Boy. Der hat meine Boy. Puh. Der ist aber noch... Also, die sind immer noch nicht... Ist noch nicht vorbei. Bitte fix grüß. Schöne Grüße gehen raus an dich, Sebastian. Bin ich dann? Bin ich kurz gehilbt? Da, hier ist einer. Über dich. Ich bin genau drauf und das... Ja. Ist so wie manchmal echt komisch. Schusssystem wäre so geil. Ich würd so feiern. Oh Gott, das muss mich beeilen. Jetzt hast du ja schon noch... So wie... Alles, was ich angeklickt habe, hast du irgendwie so vorher weggenommen. Schau, hier. Oh, Feier Finn hat nochmal 3 Euro. So nochmal 3 Euro. Alter. Feier Finn. Du gehst ab. Treffer. Vielen, vielen lieben Dank. Ein Hit. Hab ihn. Nice. Wenn's nicht mehr der Silence Pistol geht, dann halt mit der, Leute. Ja, du bringst den Ball. Das muss ja sein. Oh. Nice. Sehr gut. Chris, ich hab ein Medi-Pack für dich. Ich hab schon eins. Ich nehm's sogar heute. Yes, ich arbeite mit Jugendlichen, Leute. Hat jemand Sniper Money? Ja, 6 Schuss. Nice. Thanks. Hier komm, ich geb dir noch die anderen. Zack. Ähm, braucht ihr noch ne blaue Rifle? Weil der Engel hatte ne blaue Rifle. Yes. Und ich bräuchte Rifle Schuss. Ich hab nur 17. Hier ist ein Rifle Schuss. Okay, danke Kili. Ja, Chris und du die blaue Rifle. Du bist besser. Ich hab die Board. Alles easy. Generell. Wie gar keine Secondaries. Äh, wo meintest du es ne blaue? Es tut mir leid. Ich lese nicht so viel im Chat. Glaube ich mich konzentrieren. Die blaue waren im Haus vor allem, wo wir den Engel genockt haben durchs Fenster. Danke für dein Abo. Herzlich willkommen mit dem Fix Thomas. Dankeschön. Hey, Evi. Willkommen. Und Teinix, freut mich. Willkommen zurück. Welcome back. Ich bin neu hier und ich muss sagen, erster Eindruck ist gleich top. Das freut mich sehr. Bitte sprich Fortnite anders aus. Wie soll ich es denn aussprechen? Fortnite. Nee, äh, Fortnite. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Fortnite. Wir spielen heute Fortnite. Ja, ist ja auch klar, hier liegen einfach, hier liegen einfach noch ganz viel Rifles für Swae hier, aber wahrscheinlich alle dran vorbei gerannt seid. Hier habe ich einen Exkurs, hier habe ich mich da hingelegt. Oh. Dass du sie behalten kannst. Oh, da. Ich sehe ihn. Richtung? Äh, 128. Yes. Südosten von uns, Killy. Jupp. Oh. 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 Es liegt so, als ob wir ihn nicht sehen würden. Oh, man. Oh, man. Bitte, lass mich einmal treffen. Einmal getroffen. Einmal getroffen. Hält's? Nice one. Ich fesse einfach mit dem Bogen. Okay. Ich schieße einfach mit der Rifle, weil ich nicht treffe gerade. Ich habe mich mit dem Bogen. Mal sehen. Pass auf. 3, 2, 1. Nice. Nice. Mit anderen. Und gecallt. Like ist raus. Nice. Hast du ihn. Einer lebt noch, oder? Alle? Hier, da. Nein, es lebt noch einer. Ja, ja, hier. Achso. Oh, er hat eine Boat. Darf ich mir die nehmen? Yes, yes. Von 360 No-Scopen habe ich nicht getroffen. War das der letzte? Nee. Nö. Okay. Tactical oder Pump? Komm, wir spielen Tactical. Hinter uns. Firefin hat noch mal 2 Euro donated geschrieben. 2 Euro für dich. Ich bin on fire. Krass. Oh my god. Niklas, dankeschön für deine Donation. Oh ne, du bist an fire. 8 Euro, alter Schwedien. Seh zum ersten Mal was von dir. Ist sehr geil, wie du spielst. Dankeschön, man. Freut mich, dass du da bist. Dank für deinen Support. Herzlich willkommen. Hey Lea. Willkommen. Habt ihr noch Nate-Launcher? Habt ihr noch Nate-Launcher? Kannst auch gerne bei Chris vorbeischauen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Was? Nate-Launcher, Amo? Ja, acht Stück. Leider nein. Keiner von euch braucht ne rote, ne grüne Raiffe, oder? Ne rote hätte ich jetzt echt gerne. Oh, ne rote Raiffe wäre geil. Ne rote Raiffe, die macht alles One-Shot. Ähm. Feier, vielen Dank nochmal. Und er schreibt, du bist on fire. Und hat nochmal zwei Odonettet. Äh, ich möchte nur eins, ja. Zum Trinken. Ja, okay. Lass es hier liegen. Willkommen im Stream. Und hey. Genau, Tynix ist ja auch wieder da. Man, wie so treff ich die Leute. Willkommen. Du hast mich zweimal getroffen, glaube ich. Ich wollte dich zurückschmeißen. Ach so. Du hast mich leicht nach vorne geboostet. Kili, du bist hinter uns, ne? Ja. Falsche Richtung. Wie die falsche Richtung. Ich laufe doch in die falsche Richtung. Weißt du, warum das Update nicht geht in Fortnite? Welches Update? Kommt heute ein Update? Ich glaube, heute kommt kein Update, oder? Ich glaube nicht, ne. Schau mal, Kili. Nice. Freut mich, Lea. Freut mich. Du hast noch einen Trank, ne? Schule aus, Beste. Äh, ne. Ich hab... Gerade am Montag. Ein Mini? Ich hab zwei Minis. Ach so. Ach so. Einen könnte ich trinken. Wuhu. Und tot. Nice one. Er spricht es richtig aus. Und jetzt Ruhe. Oh, Alter. Lieb. Da laufen welche auf. Ja. Oh, als ob das kein Hitter war. Hm. Irgendwie... Da war reingehltet. Da war reingehltet. Auch reingehltet. Ich hol mir den beim Baum. Ich hol mir den beim Baum. Ich hol mir den beim Baum. Den einen Baum. Den... Den... Den einen beim Baum hab ich. Den nächsten beim... Was? Einer ist rechts hier bei der Hitze gewesen. Hab ich gesehen. Ja, den hab ich... Oh Gott. Das wär schon wieder ein Fixscope gewesen, Alter. Ein Fixscope? Fixscope, Leute. Hashtag Fixscope. Ach, ersten Mal. Hinter im Haus ist einer, der hielt sich gerade. Warte. Ich push ihn gleich. Schauen wir kurz zwei Minis rein. Och, komm. Rett doch nicht weg, Leute. Lass doch nicht euren Team mit einfach zurück. Oh, der ist weggerannt. Der rennt beim Dusty. Die rennen einfach alle weg. Die haben so Schiss, Alter. Diese... What the fuck? Was seid ihr für andere? Ich hab schon lange keine Leute mehr gehabt, die so viel Angst hatten. Ey. Haben wir einen gehittet? Um... Die Uhrzeit zwei Stunden. Und der richtig spinnt doch, Alter. Noch nicht? Oh Gott. Als ob die so viel Schiss haben vor uns. War Kili seine Aura? Ich hatte auch Schiss vor mir. Ja, ich hatte auch Schiss vor deinen Nades. Holy shit, man. Die einfach komplett weggerannt sind. Ich hab so Angst haben. Leute. Lauf, 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 lauf. Lauf weg, Jungs. Haben wir nicht launchpad? Wir hätten launchen können. Ja, ich hab eins. Wir hätten echt launchpad. Wir hätten den hinterher launchen können. Egal, Leute. Egal. Benni. Dankeschön für deine Donation. Spielst du noch Minecraft? Wenn ja, darf ich dich da adden? Ja, du kannst mich auf jeden Fall adden auf dem Gommelserver. Aber zurzeit spiele ich fast nur noch Fortnite. Oder eigentlich nur noch Fortnite. Weil es mir mehr Spaß macht. Bei mir kommt ein Airdrop runter. Ich hab gestern eine oder zwei Runden in PUBG gespielt und hatte 16 Kills oder so in der Du-Runde. Mein Mate ist direkt am Anfang gestorben und ich hab dann noch 16 Kills alleine gemacht. Nice. Dann war ich kurz aufkarben und wurde gekillt. Oh, guck mal, hier kommt ein Drop runter. Wollen wir uns den direkt holen? Ja, ja. Deswegen bleib ich ja hier. Äh, Chris. Oder warten wir. Ja? Ja? Wollen wir nach vorne im Westen einfach so eine Trap neben das Haus gepläst. Uh, ja. Das ist clever. Ja, mega geil. Oh, das dauert mir zu lang hier. Du hast es mal kurz selber in die Hand genommen. Meine Güte. Oh. Ausgang. Ah! Ich hab jetzt 5 Hits mit der Rifle bekommen und keinen einzigen mit der Sniper. 15 Leute leben noch, ne? Pass auf, der hat einen Rocket Launcher. Hä, Leute! Was? Ihr seid alle an die vorbei gerannt. Oh mein Gott. Ist das hier im Busch? Was denn, Hallö? Mein schönes Schild. Die Gegner, Südwesten. 240, relativ, okay, da ist gestorben. Warte, hier hast du noch seine Mates. Chris, ich hab noch Mini-Shiere für dich. Okay. Oh mein Gott, ist das schlecht. Nein! Ich wurde gesnipet von hinten. Ich wurde von hinten gesnipet. Kannst du mich einbauen? Ich gucke. Wo viel? Richtung 2x10 oder so. Ich hab 4 Minis. Hat jemand ein Medikit? Ja, hab ich. Nice, Kili. Ich hab Bandages, wenn du willst. Wenn du tauschen willst. Nö, ich hab noch 2. Chris, ich hab auch 2 Tränke für dich. 2 Minis. Hier liegt auch noch ein... First Aid. So. Mach mal deine Grafikeinstörungen hören. Ich suche mal am besten die Gegner und so. Hab ich viel FPS. Dann ist das nice. Falsches Menü, falsches Menü, falsches Menü, falsches Menü. Oh mein Gott, ey. Ich bin so schlecht im Bauen. Aber das habt ihr nicht gesehen, okay? Einigen wir uns alle darauf, dass ihr es nicht gesehen habt und ich ihn einfach nur geil mit der Schuhe empfiehlt hab. Oh, hier ist ein goldener Raketenwerfer. Leute, schreibt mir ein GG bitte in den Chat. Dankeschön. Efi und Lea, wir spielen das auch mal zusammen. Ich bring euch das bei. Mach mal. Oh, nice. Danke. Und Fire... Ich spiel mal den Fortnite und wir zerstören mal alles mit zwei Mods von mir. Achso, nice. Der Hammer. Und Firefin hat geschrieben, wenn ich kein VIP werden kann, spende ich halt. Wieso kannst du kein VIP werden? Was? Aber vielen, vielen Dank für deine Spende. VIP kann man nicht mit Paypal bezahlen. Ah, ja, stimmt. Auf dem Berg hab ich jemanden gekillt auf jeden Fall. Vielen Dank, Firefin. Hier ist ein großes Schild. Nehmen wir das mal. Ja, können wir das. In welche Richtung? Oh, zwei. Ich leg eins raus. 195 auf dem Berg oben. Die haben Highground. Die haben Top Positioning. Ich glaub das ist das letzte Squad. Komm, peek. Hier unten ist noch ein großes Schild, Leute. Ich würde mitnehmen, weil... Achso. Ja, dann... Chris, nein. Hab den oben genockt? Ich pushe. Okay, ich nehm noch das Schild. Launchen, 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 launchen. Ich nehm noch das Schild, dann komm ich mit. Komm zu mir. Komme. Let's go. Verstärkt die Wände. Habt ihr das? Macht denen ein bisschen Stress. Habt ihr das Launch, Paypal? Nein, du hast es. Okay. Oh, der ist runtergedroppt. Hast du das Launch, Paypal? Ja, ich stell's hier rauf, okay? Ja, go, go, go. So. Einer ist runtergefallen. Nein! Oh mein Gott! Da ist er. Er ist was tot. Und... Warte, da unten ist der Letzte. Er kommt hoch. Oh, der kriegt nicht. Ah, stimmt man. Ab ihn. Fünf Leute noch. Oh, ich hab so knapp an ihm vorbeigeschossen. Leute, habt ihr's gesehen? Puh! Ich liebe diese Sniper-Shots. Es tut mir leid. Falls ich manchmal ein bisschen zu unsicher spiele. Aber ich liebe die, ey. Danke. Oh mein Gott. Okay, nice. Ähm, noch zwei Leute leben. Brauchst du noch Schilderich? Ich bräuchte noch Medi-Kit. Ihr habt doch noch Medi-Kits, oder? Ja, hier. Hier und hier. Danke. Minis habe ich genug. Okay. Ah, ich kann die Medi-Stacken. Ich hab auch... Äh, brauchst du welche? Ich hab zehn nur. Ja, hier. Ich sollte mir die Hälfte hin. Hier liegen noch. Ich spiel grad Double. Willst du die? Dankeschön. Oh, ne. Verpiss dich. Hä? Oh, ich hab jetzt 66... Wieso willst du die nicht? Die Granaten? Nein, die goldene Bolt. Ach so. Ich mein ja nicht die Granaten. Ich wollte die goldene Bolt lassen. Ich dachte, da wär vielleicht jemand drin. Haha, ich bin direkt auf das Ding rauf. Hey, Simon. Oh mein Gott. WTF? Du hast mich gekillt. Nein. Sehr gut. Ich hab kurz in den Chat geschaut und... Oh mein Gott. Ich guck mal, ob ich irgendwo jemanden... Sorry. Das war die Rache für vorhin. Hä? Ja, ich hab dich doch auch einmal damit abgeworfen. Ja, das war die Rache. Was hast du verdient? Ja, mein... Weißt du, warum musstest du das bei Full Shit machen? Ja, Full Shit... Ah, ich bleib ja. Bleib ja. Ne, bei Full Life. Hier ist ne goldene Ska. Hier unten sind noch Verbände. Ich hab auch noch ein Medi-Pack. Hast du einen? Wohin schießt ihr denn? Äh, ich schieß auf den Airdrop. Naja. Dim, 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 dim. Die Leute schreiben LOL. Sorry. Ach, no problem. GG. Das musst du aber bei Gegnern bitte machen, dann freu ich mich. Oh, da ist einer. Da sind zwei. Das sind die letzten beiden. Die stehen beide hier. Einen hab ich. Beide. Oh man, ich wollte noch hinlaunchen. Wie viele Kills habt ihr? Zehn. Elf. Oh man, ich wollte noch hinlaunchen gerade. Naja, egal. Krass. GG, Leute. GG. Alle meinen GG im Chat. Zweiter win. Zweiter win in Folge oder Zweiter win einfach so? Ah, ich glaub in Folge war das nicht, oder? Leute, sind wir grad gestorben da vor der Runde? Oder war das zweite win in Folge? Weiß nicht genau. Weiß ich auch nicht. Ich glaub das war nicht der zweite win in Folge, nee.